Du Dämonenjäger bringst fast nicht um. Ja, aber heilen tust du's einfach nicht. Wuh! Ich bin dir viel gleich getan. Ah, das war ein Boss? Aha. Nächstes Mal kommst du ein wenig warten. Chef, ich hab nicht einmal annähernd was angegriffen. Und solang's gut geht, beschwer ich mich eigentlich nicht langweilig. Ich möcht nicht da schnell durch, durch das Zeug jetzt. Ja, ich möcht ein wenig Zeit haben zum heilen. Wenn ich ehrlich bin. Ah! Das schütte nicht unbedingt die Tragenkülle. Passt mir nicht, dass du irgendwann einen Zehlstein machst. Ja, passt schon. Wieder gleich. Weil sonst... Da geh ich sich wieder. Herr Schurke, wo rennst du hin? Ja, rein vor. Ja, ja. Ich glaub, der hat grad... Der ist ja ein Damage-Gailist. Der macht jetzt mit... Ja... Der Tank ist ja auch nicht mehr da. Dämonenjägerin... Das hier gelät, weil ich damit später nicht offen hab. Achso, wie soll's denn ich nicht offen? Ich renn heute hinten nach und loot. Ich muss einfach was gibt für mich. Ja, eh, ja. Ja. Mein Satz ist des Wahnsinns. Äh, wir werden rennen uns denn? Ich würde da noch ein bissl zusammen pullen. Ja... Ja... Ich bin... Ich satz mir nicht böse, aber nein. Ja, bleib drauf! Wenn ich da will. Wenn's verrecken ist zumindest nicht unser Schuld. Aber wenn's du auch hast, ist das natürlich sehr schlecht. Ahahah, was ist denn denn... Ja Hayır, was ist denn die... D, 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 D? wow D, D Einfach bitte mitlaufen und nicht angreifen... Aber wenn's denn jetzt kriegst du so wie denn das der heilen ich werde euch von innen heraus verbrennen ja da bleiben wir jetzt schon wieder stehen das ist ein boss wenn sie euch nicht töten werde ich es tun oh Oh, oh. Geht's da raus, Sir. Ich werde nicht für euch sterben, Drago. Ich habe kein Ziel. Aha. Ja, dann tu nicht da drauf dotten. Dann kannst du den Renner auch tun. Dann bleibt das stehen. Ja, wenn es einem Knurrg ist, glaube ich. Wart halt einmal da irgendwann. Wo sind sie jetzt wieder hin? Da rein. Hilfe! Ich nix verstehen. Joa. So schnell bin ich nicht einmal. Da gibt es auf einmal geile Listen, die sind aber eh besser wie ich. Aber, gewaltig. Nefi? Hm. Wir sind aber schon beim Endboss, also wir haben es eh gleich geschafft. Aha. Also, du den nicht an will. Kim, da nehmt gleich wieder den Boss mit. Kim. Ist eh klar. Ich bring euch um. Dich ja nehmt uns mit. Ja, und ich habe volle Agero. Danke. Danke. Und dann ist es. Ich bin einfach gleich tot. Ich bin gleich wieder tot. Ja, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ja, schau, dass das der heilst. Ich hab das eigentlich... ...relativ uninteressant. Schau, dass das der heilst. Ich bin tot. Du lebst doch. Ja, weil ich mich wiederbelebt. Ja, ey. Also, darum sag ich, schau, dass das der heilst. Du nix anders, wie der Haar draußen, was du aus dem Haar kaufst. Ich muss rein. Es werden alle sterben. Es waren ohnehin. Ach so. Na, bleibe liegen. Aus der du schon rennst, dann schau ich mir das da jetzt in Ruhe auch und machen wir dann, äh. Was kann ich damit, die trocken jetzt. Da fliegen wir die leicht ins Dahin. Ja, das ist möglich. Möglich, dass es da Abkürzung gibt. Hab Angst. Ich fliege mir mit Lava. Der Hunger des Schatten kann nicht gestillt werden. Er hat nicht mehr viel Lava. Der Schurke ist zwar fast da, aber der Dämonenjäger hat noch fast viel... Ja, ich renn eh, aber... ... kann nicht schneller. Ja, das... Ich würd mich da auch nicht zu viel stressen, also das find ich eh... Das ist... Und so stressen, das find ich dann auch schon immer lustig. Wenn man überhaupt nichts mehr mitkriegt, sondern nicht mehr durchgeschliffen wird. Ja, ich mein, das geht eh. Aber... Er ist... Echt, dann? Huh? Na, ist er nicht. Na, also... Danke. Ja. Ja. wenn alle die mits ja Ja. Wo sind die alle nüt? Wo ist sie nüt? Die haben wir nüt zuerst. Ja. Ja, ja. Nein, ihr könnt mich nicht behaupten. Ja, wenigstens der eine. Ja, das ist bei den Dämonenjäger schon ein wenig uninteressant, dass die so lange standhaft sind, weil dann ist das Wurscht. Die gehören noch wesentlich abgenervt mit ihrem Life und mit dem Selbstheal. Aber naja, ist wie gesagt der letzte Boss und dann haben wir es eh geschafft, Steffi. Dann brauchen wir uns dann immer irgendwie zwei DPS-Skylisten, wenn wir überhaupt nichts mehr Der Schurke war echt nicht schlecht in die letzten zwei. Nein, eh nicht. Der war echt gut drauf. Eh, weil er alleine der absolute DPS-Leader war und jetzt kommt einer der, was ihm zugesteigt, und das verkraft er nicht. Ja, und der Tank kriegt sich absolut nicht nach irgendwen andern. Ja. Und das ist was, was ich absolut nicht leiden kann. Weil wenn ich sehe, dass der Heiler irgendwo ist, kann ich nicht irgendwas tun. Ja. Ja. Und dann, und dann, mi, 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 umeinander. Was? Ja. 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 Der Hunger des Schattens kann nicht bestillt werden. Aus zuerst. Achso, aber das ist jetzt über 10. Sprich. Ich an, wenn's so weitergeht. Ja, bin eh wieder nicht, wie ich gestorben. Was? Wer rennt denn vor dir? Ich renn nicht. Bist du gestorben? Achso, ja. Weil mich so ein blödes, dickes Fisch angegriffen hat. Ja, das ist ja wenigstens dauernd. Hoffentlich tanzt nicht da noch schnell. Ja, es ist wurscht. Wir haben unsere fünf Innis fertig, Steffi. Somit können wir die Quest jetzt dann noch gemütlich abgeben. Und dann sind wir nicht einmal an. Nicht einmal, nicht einmal drauf denken. Verlassen. Ja, alle Instanzgruppen. Ja. Du musst mich du dann retten, wenn du wieder da bist, dann brauche ich jetzt nicht nur noch da gehen. Ja. Ja, jetzt haben sie eh alles, jetzt haben sie den Kopf verlassen. Passt auch. Aber ich muss den nämlich noch looten. Der muss nicht aufpassen, weil was ein dickes Fisch steht, da höre ich nur übereinander. Der zieht da seine Kreise. Ja. Wo bist du denn? Eigentlich wieder da. Na super. Die haben jetzt ganz leicht aufgeregt. Ja, hat aber... Aber ganz dezent. Aber ja, sie haben verdammt gut Damage gemacht. Ich tat halt schon, dass ich ihn nicht mehr betrachten kann, weil ich mir ganz gerne angeschaut, welche Equipters die schon gehabt haben. Aber die waren sicher schon einmal eh weiterfahren, wie wir. Die haben ein Levelgear und lauter so körperliche Zeige. Steffi, überlegt es erst, bevor du redest. Nein, die sind einfach schon so weit equipped mit den ganzen, die dann vielleicht nichts anderes, wie wir spielen. Ui, der Stab ist was Schönes. So. Der Stab hab ich geguckt. Bevor wir da jetzt Instanzgruppe verlassen, bevor wir da jetzt irgendwer noch die Idee kommt, dass er mich plagen muss. Ja, aber wir haben die eine gewertet, jetzt fertig, gell? Mhm. Wir haben die eine gewertet, fertig. Super. Wir können uns gleich da angeben in Taleraden. Schauen wir mal, ich bin gespannt, was wir da jetzt kriegen. Das ist ja das, was mich eigentlich nur am Meeren reizt. Wenn man einen Arsch viel Artefakt macht, auf alle Fälle kriegt. Ja? Das Licht sei mit euch. Ja. Achso, ja, wenn wir bei der eine... Und was ist in der Kisten drin? Ähm. Weiß nicht. Ja? Ja. 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 885er Gegenstand. Was? Und rücken habe ich gekriegt an die 10. Ooh rotating! ję. Kann ich mal machen. 15. Ein J Ich weiß auch nicht, ich hab noch nicht alles auch. Äh, ich muss jetzt auch noch gleich schauen. Verkaufen muss ich auch noch schnell gehen. Beziehungsweise war ich noch nicht bei der Schatzkiste und... Verkaufen muss ich gehen und... Ja. Das brauchen wir nicht. Fakt macht was. Fakt macht. Ja, also der Rücken, was ich da jetzt gehört hab. Wo ist jetzt die Kiste? Im Inventar. Ja. Ich hab auch dreimal drüber geschaut, bis ich's gesehen hab, wo's ist. Aber ja, 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 das hat sich vielleicht sogar fast auszübt, dass wir das mal fertig gemacht haben. Da? Da da ist. Reparieren, Rampfen, Raufen. Boah, ich hab 875er Rücken. Ich hab 885er Rücken gekriegt. Verschwendet nicht meine Zeit. Ich hab 816, netter. Was? Gegenstandsstufe. Ja, netter 816. Das heißt, wir sind ab nächstem Mal bereit, dass wir... ...mythische gehen, oder? Die Kette wird beim Anlegen gebunden. Schmuck, einzigartig anlegbar. 780, seelengebunden. 825, verkaufen. Wird beim Anlegen gebunden. 825, verkaufen. Wird beim Anlegen gebunden. 825, verkaufen. Wird beim Anlegen gebunden. In der Aktion, aus Gegenstandsstufe. 830, 835. Steffi. Was hast du... Achso, du hast dann auch so einen hohen Rücken gekriegt, gell? Oder? Ja. Einen Rücken, gell? Ja. Ja, dann kann ich den... Weil i den anderen verkauf, wird beim Anlegen gebunden. Wird beim Anlegen gebunden. Und das passt auch. HINFORT MIT EUCH! Und dann dann ma des zeig. Jetzt sind wir ins Auktionshaus. Was? Na, geht's? Hab ich mir den aufs Ziel aufgegeben? Ich bin die Debatte auch hier. Wie denn schon? Ja, ja gut. Keine. Das heißt, ich mach beim Entzauern. Ich mach... Ich weiß nicht. Wie ist das? Durch das Ecke geht. Das zeig. Da haben wir Entzauern gemacht. Ah, seht. Oh, jetzt sagt's. Da haben wir... Da machen wir... Er hat jetzt eine Suchtzeit. Ja... Ah... Äh... ...25. ...15. 800. Oh, höch. Da, wo kann ich hin? Schnell! Schnell! Äh... Hatsächs. So. Abenteuer, vorher... 819 Weiter komm ich nimmer. Ja, ist eh 800... Ich glaub, ich bin auf 820 oder so. Und im letzten Fall war's D.O. betroffen. Besser wie... ...mythische Dungeons... ...spieler gegen spieler... Hat's mir da zuerst aufgemacht, bei die... Äh... ...heroische Dungeon. Kann... wie können wir heroische Dungeon sagen? Zufälliger, spezifischer Dungeon, da haben wir heroisch. Da haben wir jetzt einige viele neue Insti, die wir gehen können. Ja, ich komm gleich wieder, warte, geschwind. Ja, ja. Kein Stress. Die render sich schon nicht weg. Ihr könnt mich nicht beherrschen. 3 vor 5 abgeschlossen, da ist schon irgendwas fertig. Nachholen. Ah, die 2... Fützelgerützel sind fertig. Wie schaut's mit meinen anderen aus? Da hab ich ne Messer, die kann ich noch nicht herstellen. Kann ich noch nicht kratzieren. Nein. Meine Ordensressourcen möchte ich eigentlich jetzt nicht aus sie haben, sondern erst am Ende der Woche. Haben wir dann wieder spielen können. Da möchte ich nämlich zuerst schauen, wo sie im Urlaub jetzt übers Handy dann noch machen kann. So da. Und... 14.000 Artefakt gemacht hab ich. Mh... Das heißt... Das heißt... Erhöht die kritische Trefferschance... Achso... Das heißt... Das heißt... Das heißt... Über 11.000... Über 11.000... Nein... Ich hab... Letzten mal 6 gebraucht. 11.280 gebrauch ich fürs nächste Mal. Also... Da können wir dann schon noch ein bissel... Ein bissel... Ein bissel hinspuren drauf. Ein bissel sammeln. Ja, das rennt eh noch. So... Kann ich doch... Kann ich dem nicht... Nein, da gibt's auch einen Weg. Oh, da gibt's auch einen Weg. Oh, da gibt's auch einen Weg. Das ist gut, dass ich das auch mal rauszufügt. Raus mit der Sprache. Ja, aber... Ich kann... Aber das ist eigentlich nur bis zur Stufe 25 erhöhen. Fürchtet die Lebenden. Da gibt's doch einen anderen auch noch. Wo ist mein Bäumchen? Was geht euch durch den Kopf? Ah! Schadio! Kosten 500 Artefaktmacht. Gewährt euch Zugang zum Ritual der Verdammensversuche durch... Das ist kein Artefaktmacht. Von denen... können wir hier draufsteigen. Er ist so einnach withdraux. ab wooenn- First. Ein Stem automobile ... טls bl kirche. Böden wir ja nur raus. Dus blöden wir jungen. Jetzt habe ich noch 2.300 Artefakt gemacht. Das baut jetzt eh noch ein bisschen bis das fertig ist. Ermöglicht die Fertigkeit Ritual der Beschwörung für alle Missionen, welche die die Fertigkeit Ritual der Beschwörung für alle Missionen. Gewährt euren Zugang zum Metall, der verdammt. Ich hab schon wieder 2 Artefakt gemacht. Jetzt muss ich mir dann anschauen, wenn es fertig ist. Ja, mit der Artefaktmacht ist immer so... A Criats mit der Artefaktmacht. Man kann mir nie genug haben. Nein, auf das rennt es ja aus, wie das du dann die Artefaktmacht... Du musst tonnenweise Artefaktmacht sammeln und... Da können wir uns noch gewaltig etwas überlegen. Wie schaut es jetzt mit meinen Anhängern aus? Ich hab noch 1 und 2 Wichtli. Kommt rein theoretisch eine leichte Mission. Kommt die starten. So 4-Stunden-Mission. Aber das wird ja nicht ausgehen. Da werden wir nicht weit genug auf die Kamera sehen. Ah, mit 40% des Käse. Ah, mit 40% des Käse. Ah, mit 40% des Käse. Was? Aha. Aha. Jo, 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 jo. Na gut so. Passt. Dann hätt ich gesagt, haben wir den Hut drauf hier heute, oder? Ja. Ist ja eigentlich gute Idee. Ja und die 2 braven Zuschauer, die was noch übrig da sind. Tut mir leid. Schön, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ja. Also dann einmal an meine Wiederholungszuschauer. Ich geh jetzt ins Bett. Es ist halb 12. Ich mag nicht mehr. Und hätt gesagt, es geht sicher weiter. Und es hat mich gefreut, dass ihr mich gesehen habt. Ich hoffe, ihr seht's mir beim nächsten Mal wieder. Ich wünsch euch was. Tschüss mit ihr und ciao mit ihr. Tschüss. Tschüss. Tschüss.